Auf der Geschichte? Das kann ich Ihnen nicht sagen, das weiß ich leider auch nicht. Kein Problem. Was denken Sie denn, was er gemacht hat? So würde ich betrachten, könnte es ein Schauspieler sein. Aber wenn es aus der Geschichte ist, könnte es eventuell ein Adelmann sein. Es ist ein Schauspieler, auf jeden Fall. Oder so. Ein Politiker? Kommt mir aber bekannt vor, aber ich weiß nicht, wohin ich stecken soll. Nein, ich habe einen Schauspieler. Nur weil ich sage, ich denke. Ein Deutscher? Nein, oder? Okay, mal Atatürk. Gut, ja? Beim ersten Versuch. Entweder ein Erfinder, Wissenschaftler oder Politiker. Irgendwie sowas. So sieht er aus, auf jeden Fall. Sieht aus wie ein Politiker. Aber ich weiß nicht, wer es ist. Stimmt, in der Tat. Der Atatürk fadet der Türken irgendwelche Kassen. Ja, Atatürk ist meines Erachtens der Begründer und Initiator der modernen Türkei. Schriftsteller? Oder Politiker? Genau. Bankier? Es ist ein Arzt. Auf jeden Fall. Und ist studiert. Akademiker. Bankier aus älterer Zeit. Ich weiß es auch wirklich nicht. Wie heißt er? Erster Präsident aus der Türkei. Ah, Atatürk? Das ist Atatürk? Das hätte ich nicht gedacht. Den habe ich aber ganz anders in Erinnerung. Was wissen wir über Atatürk? Ja, der hat die Türkei gegründet, sozusagen. Also der hat, ja. Atatürk. Das war mal, äh, der hat die Türkei eigentlich befreit, ne? Atatürk? Ja. Politisch befreit. Der hat, ähm, der hat, ähm, der hat die türkische Sprache erfunden. Ist das Atatürk? Der hat die türkische Sprache eingeführt. Das war damals ausmánisch. Damals war ausmánisch, gell? Aber Atatürk ist baba. Hollahi damals war ausmánisch, gell? Ja, Wallah, damals war ausmánisch. Hier ist ein Italiener betroffen. Ah, er bei der Türkei, ja. Hier ist ein Italienisch. Ich bin schon schlecht in Geschichte. Es tut mir leid. Das ist eine aus, äh, aus Türkei. Das muss sein, ähm, diese, äh, äh, Schriftsteller, Kommunist, und ja, ist der. Was ist der Türkei? Ist der groß? Bitte? Ist der groß? Das kennt man, ja. Irgendwenn, welche kennt man sind? Das ist, äh, der Vater von der Türken. Oh, gut. Who is that? Is that like a dictator? Saarnauer, nein. I love it, love this guy. He's, äh, he's my grandfather. Have anybody seen him? Good? All right. Untertitelung. BR 2018